Meine lieben Freunde, ich bin Säuliger Odo, zurück mit meiner Half-Riner Kingmaker-Kampagne. Wir haben das letzte Mal diesen verrückten Zauberer äh Priester und den Count Disselface umgebracht. Ähm, jetzt überlegen wir zurück zu gehen und ich habe gerade gespeichert um zu schauen. Ich will nämlich schauen, vielleicht... Das Tod ist euer Meinung. Nein, sie sind nicht weg. Okay. Wir laden. Ich habe keine Lust durch diese elenden, unbrauchbaren Warwisps durchzugehen, die einen nur umbringen. Die ganze Zeit. Ja, ja, wir werden gleich zum Wort. Ja, ja, wir werden gleich zum Wort. Und wir gehen wieder da hinten. Und wir gehen wieder da hinten. Aber das ist nur einer. Ich will wieder zufrieden. Ich will wieder zufrieden. Ich habe gesagt, ich will wieder zufrieden. Und wieder zufrieden. Die Sonne. Gut. Was du verdient? Ich will jetzt die. Da ist eine Kiste. Stopp. Das ist jetzt sehr wahnsinnig. Okay, 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 okay. Okay, wir müssen also so komisch rennen. Wovon wir diese Kiste versuchen aufzumachen, speichern wir auch ab. Wovon wir diesen Schatz. Du kannst nicht gegen mich standen. Und töten. Du heile. Das letzte mal. Bist du wahnsinnig. Wir haben hellzauberverfahren. Lass die Atmosphäre beginnen! Lass uns streichen als ein! Ich geb' dir die Todesmacht! Vielleicht. In dem Fall. Nein! Ah! Charity? Ja. Ja, was soll ich tun? All my knowledge! All my genius! Lost! Ja, was soll ich jetzt machen? Wie ist das ein Träger Willowwisp? Das war's. Ist das ein Träger? Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Okay. Ufff, jetzt sind ich hin über alles. Die zu treffen ist offensichtlich nicht so einfach. Könntest du die dritte auswählen? Sehr gut. Ich hoffe es gibt viele XP's. Ich jetzt. Unnormal speichern. Bist du irre? Dieses Cannonier Ding ist schon ziemlich brutal. Und nur für diese dumme Kiste. Ich hoffe da ist irgendwas gescheites drinnen wenigstens. Wo rennt sie ja hin. Okay. Ah, ich dachte... Du sollst sein. Noch ein Ancient Widowwisp. Okay, nein. Wir gehen nicht weiter hier. Wir kommen später noch einmal. Die können mich gern haben. Ich hätte jetzt nicht alle Widowwisps umbringen. Ist schon schlimm genug, dass ich da oben fast gestorben bin. Der Endkampf war weit weniger schlimm als der Weg rauf. Oh, ich bin ja uhr weit hinten nach. Sehe ich grad. In dem Ding. Na gut. Äh, wo waren wir? Wir wollten zurück her. Wir wollten zurück her fahren. Da her. Geht hier her. Kommt. Hopi hopi. Das war ein widerlicher Kampf da. Weil wir könnten uns hier jetzt hinlegen, heilen und dann weiter rauf gehen. Ich glaube hier können wir nämlich rasten. Ein normaler Geheiz. Weil wir unsere Zollsprüche haben. Außerdem könnten wir nämlich noch ein Resist Energy aus irgendwas einlernen. Oder zwei oder fünf. Richtig lagern. Können wir. Ja. Du machst uns Essen. Du machst uns Camp Camouflage. Bloß eins. Up. Nein. Was für ein bisschen besser ist nix. Arphh. H agf. Ach weh. Na super. Und bin ich krank auch noch. Ok. Ja, ja, das war jetzt. Ah, sehr schön. Viel, viel gute Heilung. Gut, gut Heilung. Heilung gut. So, hey, wir sind wieder aufgeheilt. Finde ich. Ausgezeichnet. So, wir haben gesagt, oh, da oben gibt es auch noch einen Dude. Schau. Wir haben gesagt, wir gehen da rauf. Wir haben gesagt, wir sind zu blöd, weil wir vergessen haben, das Resist Energy einzulernen. Sehr klug, sehr, sehr klug. Naja, wir haben jetzt wieder 300.000 Heil zauberfrei. So viele Ancient Widow Wisps wird es wohl nicht mehr hier geben. Und ich will vor allem diese Kiste, die ist versperrt. Ich wette, ich schaff's nicht, sie aufzusperren nachher. Hey, wir haben Sachen gefunden. Was kann eine Chaos-Schad? Sie kann... 3 bis 6 Schaden machen, nicht schlecht. Naja, 4 plus 2. 3 bis 6 Stab. Oh, oh, oh. Vielleicht ist das ein doofer Scha- Wie ist es, wie ist es, dass das ein doofer Dagger ist? Dann können wir da Dings geben vielleicht. Naja, wie kein Glückbogen. die Octavia aber wir werden später noch jemanden treffen der sowas nehmen kann ok so, da war das das Viech, gell ich warte jetzt mal entsprechend vorher ab ich will end this suffering I grant you death die 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 Auf deine Hunde Du gibst das... und... Schreibst den einfach ab Wo kam denn das plötzlich her? Oh, da sind noch ein paar andere auch Hurra Ah, das haben wir gut gemacht Ok Verstehe, 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 verstehe Nein So, du Heidi, Heidi Und? Was? Da ist vier Ein Ancient Ein Warwisp Noch ein Warwisp Und noch ein Warwisp Was kann der Ancient? Einfach Wissen wir nicht Zu hoch Ach, wisst's was? Habts mich gern So wichtig kann das nicht sein So wichtig kann das nicht sein Wir haben schon alles erledigt hier Wir kommen später wieder, wenn wir stärker sind Oder wenn wir nicht vergessen haben in der Nacht Und, äh Resist-Energy einzulernen So Wir fahren nach Hause Ganz einfach Ganz einfach Und aus Hm? Noch jemand da? Nein Keiner schaut dazu beim Stream Keiner schaut dazu auf YouTube Hauptsache ich nehme es auf Für die Nachwelt aufgehoben quasi Für die Nachwelt aufgehoben quasi Mein Versagen gegen die Willowisps Ich habe auch andere Viecher die ich noch so unangenehm finde wie diese Dinger Ja Der Pool ist wahrscheinlich irgendwo anders Der ist eh nicht dort Ok Wieder etwas Glück ist da aus der Ruhe Ok Hey, ein Troll! Ehm Freundlicher Troll Leider habe ich dich und Dio mit Hey Look there everyone I know that Borba That's mighty and strong one Came to trouble Killed many many trolls We had to run This Borba killed King Hargulka Easily like smashing a hare Strong Borba Scary like fire Run for your life Und dann greift sie mich an ihr Wahnsinnigen? Nein Das ist wenigstens was womit ich umgehen kann Ich mach mal ein Placinger von da Ich mach mal ein Placinger von da Ich mach mir das nicht In das mal ein Ich mach mir das nicht Ich mach mich aus Ich mach dir die Wir haben nur einen erwischt. Die hätten sich irgendwas mitgehen lassen gehabt. Wahrscheinlich hängt es davon ab, ob wir, was wir da vorhin gemacht haben, was wir mit denen machen hätten können. Hm. Interessant. Der wäre doof gewesen hier. Der kann nämlich besonders gut Elektrizitätszauber. Schon einen deswegen noch nicht mitgenommen. Auch wenn ich ihn generell nicht sonderlich mag. Der geht nur zu schnell ein. Der hält nichts aus. Okay. Okay. Tja. Also wo auch immer dieser Junge war. Da war er wohl nicht. Hm. Gehen wir rein. In den Thronsaal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob irgendjemand kommt mit einer Nachricht zu kennen von mir. Dieser Gunderson, dem die gefolgt sind. Den haben wir noch nicht getroffen. Das ist interessant. Und ich glaube das letzte Mal habe ich den zuerst getrunken. Kann das sein? Na, weiß ich nicht. Ja. Ja. Wir haben hier was von mir. Boken. Hey. There you go. A little something from old Boken. A Agora. Great thing, was auch immer das kann. Find ich gut. Okay, ob ich mir das merke, ich verkaufe alle Bücher. Okay, finde ich gut. I know that the old Beldame, the old witch who lives in the swamp, had one of these volumes in her hut, gathering dust. She must still have it for sale, I imagine. Huh. As for the other two volumes, I have no idea. You might look in a magic shop or in the bookcases and locked drawers of other alchemists, if you happen to cross their possessions in your adventures. Okay, interesting. Ich glaube, ich erinnere mich, dass ich das Ding letztens gekriegt hätte. So, jetzt sind wir zu früh da. Wir haben nicht einmal einen Tag verbraucht für das Ganze. Oder vielleicht haben wir einen Tag verbraucht, aber... Oh ja, haben wir es sicher. Wir haben einmal geschlafen dazwischen. Wir haben vier Tage, acht Tage, acht Tage... ...und fünf Tage. Das will ich noch weniger gleich machen. ...und fünf Tage. ...wischen wir mal an, was haben wir das Ding gekriegt. ...de sechs Tage haben wir jetzt A Cerebic Ring. When this ring's wearer attacks with bombs, they deal additional 1d6. Ja, cool. Schau, was ich da hab für dich. Oh. Das ist was für dich. Da schaust du was. Hm. Ich hab keine Ahnung wo ich den Knaden finde. Und um ehrlich zu sein, äh. Was ist in wait for me there, I wonder. Schauen wir mal durch den Dienst, schauen wir mal durch. In Square verkauf man ein paar Sachen. Und ansonsten schauen wir halt für die nächsten 4 Tage oder 5 Tage oder 8 Tage, was weiß nicht, rum in der Gegend und killen einfach ein paar Monster. Blablablablablablabla. Ich hab ja gesehen, es gibt noch ein paar Orte, wo ich nicht war. Da müsste es irgendwelche Monster geben, irgendwelche Lair. Ach, ganz am Anfang kann ich mich erinnern, da waren so Bärraten. Die uns umgebracht haben. Mit denen müssten wir eigentlich jetzt auch klarkommen. Mittlerweile. Hoffe ich. Das finde ich gut. Kann ich merk. Äh. Let's see what you have. So, we have a coffin to us. We have a coffin and art and things. Covenant in all. Ah, ja, an inch came with me things. Ah, that I could have left. So, that... that... What is that? A dreamer who lost soul once blessed with the mercy of my goddess. Ah! That I forgot. We already got these things. Let's talk about the Valerie. Someone from his old place has fallen. Oh, the castle. Ah, yeah. No. Is there anything... I think he doesn't really have anything... ...that makes sense. Okay, we're going to find more stuff here than what we can buy here. Ring of Protection 2. Oh, it's close. Ah, wait a minute. Okay. Okay, it's close. Oh, the castle... Oh, so... Oh, okay. Okay, okay. Okay, okay. We're going to try to do this again. Okay, okay. Okay, okay. Alright, okay. Lannery steht irgendwo da normalerweise. Ich kann das im Netz sehen, wir sehen irgendwie aber... Bow down before your... Wieso stehen da so viele Leute? Was machen die da? Wisst ihr nicht, dass das Sammlungsverbot ist? Lannery. Hat mit ihm schon niemals gesprochen? You see a stout man, suited in well-worn armor. His face is framed with silvery stubble, and his flashy nose is red. Na, hat er gehört noch nicht. Hold on your grace, captain of the city guard. Young dwarf girl salutes you. Awkwardly, dear assistant to the captain. Happy to serve your grace. I came here from rest of with a dozen of my best guards, by order of lady Jermaine Eldori, your grace. Yes, I hired the rest from among the locals. Hmm... Suspicious. Don't you worry, your grace. We are now the subjects of the barony. We've sworn to serve you faithfully and loyally, and you can count on us. Besides, we draw our salaries from your chests. Das freut mich. The captain looks at the female guard raising his brow, and sighs and looks at you. Of course, every one of us is ready to die to protect your grace. But there's still some work to be done, when it comes to discipline. You know, that dwarven author, Daldrick Zebras, Garlick Tundras. The name escapes me. My Boneheads used to read his books about guards duty, right on guard duty. I'll have to teach them a lesson or two. I'd like to learn something about those who serve me. Actually, I don't know. Hylons. Do the guards have everything they need? Das schon hier. Here are sufficient munitions and supplies, your grace. The salary is fair. We've enough... Ah. This has to listen to sink. We've enough to buy toys for the kids and a jug of beer when the shift is done. Tss. Gesch... Tss. Eh. Toys for the kids? Huh. Echt jetzt? Pff. So viel Gehalt zahle ich dir? Die Kinder sollen in den Minen arbeiten. Of course, the town is growing. It would be nice to expand the ranks. But we can manage that ourselves. Yeah. Okay, let me tell you something about dich. Of course, the grace. I've been a guard all my life. I started a snot-nosed runt in the night watch. Rest of his famous white fencing schools. Young people from all the river kingdoms come to study there. It seems every other person has a sword, and every third thinks they know how to use it better than all the rest. A misspoken word or drunken fight can quickly lead to a stabbing rampage. That's why there are so many guards in the city. And they don't accept just anyone. Lady Jemandi took note of my achievements and marked me for advancements. That's why I'm here. As for Delia, I found her on the street about a decade ago. I remember vividly a tiny dwarf girl sitting on the temple steps. Dirty face barefoot, feeding a piece of bread to a stray cat. I saw her and my heart, ugh. I have to go. So, Valerie, I've received a letter from Federer's Senate. He says, I'm, I'm to free you from service and return to Shed-in. Mary looks at you, I'm blinking. And you see her eyes darken with an anger she can barely contain. Hmm. Is that so? I see. My apologies, Mufasa. I seem to have become the reason for this message and highly appropriate demands. It contains, I know this person, Frederer's Senate, is one of the mentors in the Order of the Eternal Rose, a true parody of Shed-in. One of those who insist they are right till the very end. He kept saying louder than anyone that Shed-in herself predetermined my fate even when I was packing my things before I left. He looks like he never came to terms with me leaving, since he found me even here. But the nerve, the mistake of leaving our ranks, returned to the path this time destined her by divine will. Since when does Frederer fancy himself the personal harbinger of the precious Shed-in? Okay. I see. See? I see. It doesn't touch my things. Enough. We must put an end to this. If Paladins of the Order of the Eternal Rose require another refusal, they shall get it. I am going to the Trading Post with you to meet Federo, I serve you. It's as simple as that. It's my decision and I'm not going to change it, just because someone from my past thinks otherwise. Da haben wir eine Lawful Evil Sache, die tatsächlich Sinn macht, meiner Meinung nach. What if I just throw these Paladins off my lands? I'd be well within my rights. Ich finde das ist ein guter Antwort. No, if you respect my honor and value and value my loyalty, please refrain from such hasty actions. I will go to the Trading Post with you. I will meet Sinnert, give him my final refusal, and the matter will be settled. Enough about that. Hey, wir haben 54 XP gekriegt, weil wir Lawful Evil waren und schauen. Tell me about yourself. Müssen wir das alles durchgehen? Eigentlich nicht, oder? Blablabla Blablabla I very sent to Adel sind. H 這 Wort geht um Ruf zucken. In hisalors... anging aus den erstenoru... My fellow ist an àís. Blablabla Just Peter as you came adi valoriert. If I was surrounded bei crafts of servants and enemies. Who will never stop craving my heavenly beauty. The Paladins of Sh政府, who used to Wizard our Haus dialect hold seen diese praises. In the end, General Consensus overwhelmed my father's better judgment. When I turned 6, I was brought to the Church of Shedin and told that this would be my new home. Many who hear this story immediately assume that my parents were cruel and had enough for their child. My parents had respect for me. They taught me something that has supported me on my life. A sense of self-esteem. Ja, 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 was auch immer. Hm, sie hat sie alle 6 Monate gesehen. Für all jene, die gerade in Quarantäne oder mehr oder weniger Quarantäne zu Hause sind, die würden sich das wahrscheinlich wünschen, dass sie ihre Eltern nur alle 6 Monate sehen, gerade eben. Did they teach you in your order? Fighting offensichtlich. But you think some of them appealed to me, otherseits, simply couldn't accept. Ja, was auch immer. Why did you leave the order? Gute Frage. Ja. Ja. My looks always attracted unwanted. Ja, 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 ja. Sie mag das halt nicht 2%. Sende! Was did you do after you left the order? I set off for rest. Okay, got this. Uh... And here I'd hope to wipe my question. Well, let's get this over with. Once and for all, you should understand that I'm perfectly aware that most races, orders and genders find me physically attractive. It's beyond my power to change that. But I've never given a potential admirer any reason to start a conversation with me. But it doesn't stop them. After leaving Yorda, I took a dagger and cut off the long hair they used to praise. Well, now I get letters praising the beauty of my eyes. Hmm, that gives me a lot of money, because of my appearance that I ended up in the order. But do you know what I really want? I don't know. I want people to stop treating me like a piece of art. I want them to notice that I'm a person that I'm capable of blah 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 and blah blah blah. Thank you for your honesty. I understand you very well. You're a true friend. You I can trust with my life. I know what you mean. But still, you shouldn't drive people away who only want to open their hearts to you. It's not their fault that you inspire such feelings. Whoa, whoa, whoa. Why all the shouting was just a simple question. That's what's become of all your precious self-control. I have to be back in the house. That will never happen again. Yeah, yeah. Who else thought that would be silly. I now? Ja, ok Kinder, ich klicke das nur schnell durch. Ich weiß nicht, manchmal muss man Sachen angeklickt haben, so interessant ist das nicht. You might not believe this, but the paladins of Sharin aren't allowed to slay their enemies, if they beg for mercy. Can you guess why? Because a bandit, rapist or murderer who has been put to the sword will never be able to create something beautiful in the future, so Pavantine overpowers her enemy in battle, then inspires him to create a masterpiece. It might sound hilarious if it weren't true. Plus all of Sharin's followers are obliged to practice some sort of art. in his spot, her free time. Every single day, no matter what else is going on, even if you are feeling sick or hungry or sleepy. Otherwise, according to their clerics, you lose your connection with your goddess, a preposterous notion. wouldn't you agree? I must practice some kind of art. Ah, and I used art that I used to embroider. and I still do from time to time. Embroider heißt schnippenkörig, oder? It's nothing I assure you. Just a simple task to keep my hands busy and keep the gloomy thoughts at bay. Nothing special. I consider all works of art useless. Very good. Very good. Very good. Genau die richtige Person, mit der man gerne unterwegs ist. So you are an atheist, you don't worship any deity. Right. I need no guidance from above. Das ist eine gute Einstellung. You know you don't have to follow etiquette and maintain good manners while speaking with me, if you don't want to. I guess you have plenty of suitors. You know you really are quite beautiful. You're a reliable friend with the ally. But it would be a crime to ignore your beauty. You're so triggered to follow my orders. Try. Thank you for the conversation. Yeah. Okay. And dialogue. Ugh. Okay. 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 Hey, Shadow Epsilon. Was können wir verkaufen? Was heißt Locked? Das ist ja uraarg. Meine Untertanen sind die Ärgsten. Das sind ja die Ärgsten. Die sperren Sachen von mir weg. So, wir nehmen mit. Also sie müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Jubiläuse mit der Mitte hat jetzt das coole Ding gekriegt. Jetzt mal da. Dich nehmen mit. Mal dicht bei lassen. Oh, man. Oh, man. Hm. 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 Ja. 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 Okay. Fängt ja super an. So geschlafen sollen. Ja. 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 Genau. Ja. was das betrifft das betrifft Oh mein Gott, wir sind in Québec. Oh, ein greater Werewolf. Aber der ist nur in der Wischstürze. Das kann wohl nicht sein. So, du machst das. Das ist eine Tradition. Okay. Ich setze jetzt 13 Goldstücke bei einem Drangel. Das war's, eher nicht. Okay. So, aus. Türe. So. Das ist schön schon wieder gewesen zu sein. Sehr schön, dass der Lichter ist. Aber ich habe jetzt vieles von uns. Ich habe ein paar Gold. Und ich habe ein paar mehr von meinem Laut. Wie ist das denn aus? Ich habe schon wieder zu sehen. Ich habe jetzt noch einen Teil mit dem Bildschirm. Ich habe ein paar Male, die wir machen. Wie ist das denn aus? Hm, hm, hm. Da haben wir eigentlich fast alles erforscht. Da muss das gewesen sein. Auto-locked lowland also. Um diese... Engine 2. Schau, wie ich jetzt nicht. Klingelt in der Wilderness. Da geht es jetzt zurück nach Hause. Um, try to avoid. Schauen wir uns die Glade in der Wilderness an. Wie schon gesagt, wir schauen uns alle überlegen gegen Sachen an da. Wir erkunden was alles. Ich glaube, das ist nicht in unserem Gebiet da. Das ist schon außerhalb. Aber das werden wir uns auch noch besorgen. Ich auch nicht. Was ist das? Move from silence pack. Ich weiß nicht mehr. A clever ploy. Oh, da ist eine Höhle. Na dann rein mit uns. Da ist glaube ich eine kleine Höhle da. Das sind nur Salenpacks los, die sind relativ schwach. Oh, das war es schon. Ich werde diese Höhle enden. Oh, da ist noch nicht mehr. Ich werde diese Höhle enden. Ich werde diese Höhle enden. Silent Wolfling und Baby Wolf. Das ist ja süß. Tötet sie alle. Ich werde diese Höhle enden. Ich werde diese Höhle enden. Okay, okay, okay. So, naja. War gar nicht so schlimm, oder? Jetzt ist noch irgendwas, was wir hier gefunden hätten. Ah. Knochen. Yay. Finde. Ein Sänger. Ein Sänger. Mal schauen. Mal schauen ob die Sänger für die Tchephel. Naja, immerhin. Ein wenig XP haben wir gesammelt. Das zählt ja auch schon fast. Was ist das? Nein, das ist ja nicht jetzt. Nicht weiter. Nehme ich mal an. Dann ist die Kuhn da wieder raus. Ich glaube Herrschaften, wir werden für heute Schluss machen. Naja, wobei nein. Ich will noch diesen komischen... Fangen wir einfach auf. Machen wir noch diesen Paladin-Typen. Ich werde da nämlich quasi... Wo ist das da? Ich werde das vorhin nochmal machen. Okay. Wir haben einen Arzt im Arzt. Stopp. Stop resting. Wir müssen das irgendwie absteigen. Danke. Danke. Wir enteln. Let's just train, let us push onward. Und schon haben wir sie gefordert. Ah, a middle-aged man in polished shiny armor turns to you. His beard and hair are impeccably styled, an expression of reserved lightness sits frozen on his face. And Paladin also. As his piercing gray eyes watch everything attentively, Baroness Mufasa. What an honor to meet you in person. I am Frederil Sinnett, a Paladin of the most illustrious Shavin from the Eternal Rose Order, Yalos. There you are, Valerie. How many years has it been since we saw each other? I am so happy that the years haven't erased the divine bliss written upon your radiant face. Not suscined coldly. Greetings, I am glad to see you in good health, Fredero. I think you should talk to Valerie, though. Tell me, Fredero, why are you here? I am glad to join my entourage. We will travel west to the borders of Petox. There a new temple to my divine patron is being built an architectural world, a wonder worthy of harboring the very spirit of the Eternal Rose. A temple devoted to the goddess of beauty. I wish I could see such grandeur. Hundreds and thousands of gold coins wasted on decorating some pompous Shad. I could name dozens of better uses for that money. One of the new orders of Shavin will occupy the temple, the Order of Prisms. Their zeal in serving the goddess will be good for Valerie. She has much to unlearn if she expects to return to Shavin's favor and the respect of her brothers in faith. You can barely hear Valerie's voice. I am so tired of orders from those I despise. Thank you, I once guarded works that show Shavin's blessing. Blah 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 blah. Do I possess the words to describe the chosen of Shavin? Oh, don't look at me like that. I am the only one who believes it. A special role has been prepared for this girl. In the ranks of the Eternal Rose's followers, I am sure you have noticed Valerie's greatest virtue. She is impeccably loyal to whatever or whomever she serves. Her father did the right thing in sending his daughter into Shavin's embrace and Valerie's departure from the Order was just an unfortunate mistake of youth. I am sure she regrets her desperate mistake, ruined by her feelings and rash judgment. Only shame and pride have kept her from admitting it. Her true place is in the radiance of glorious Shavin, oh God. It wasn't a mistake, it fixed someone else's mistake, which caused me to waste a few years of my life. My goal is to return blah 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 blah. I am capable of understanding where my duties lie. You have given me much cause for doubt. Don't go, your grace. My intentions are known to all. Valerie, I have come to return you to our faith. Our? Now you imagine that not only do I want to serve Shavin, but now I have faith in her too? I don't recognize you, Valerie. What is this tone you address me with? I remember what politeness and respect you showed your elders. We held you up as an example of the other novices. Ugh. Valerie raises her chin ever so slightly. I am only repaying your courtesy in kind, Fred Arrow. If you so easily ascribe me to thoughts and aspirations that I do not possess, then I can be as liberal a judge of your behavior. The steamed up at this pace will come to blows before we settle our. What's your tone, Fred Arrow? You are my band. You will respect my subjects. Ha! Was this gorgeous narrative? In no way did I intend to be impolite. Forgive my manners. It's difficult for me to mean not to address Valerie as a novice. For that is what she was the last time I saw. As for my return to the church, which you so bluntly insist upon. Please, Fred Arrow, spare me your worthy speeches the day I walked out the convent gates. I made a decision I'm not going to change. I'm never returning to the eternal rose order. I'm never going back to serving shadow. Whatever nonsense you started with, your letter, let's put an end to it once and for all. I don't believe my ears. I expected to see repentance, Valerie. Repentance for your foolish choices. Repentance for the pain you've caused your family and all those who relied on you. But instead I see a proud renegade who dares to resist the will of the goddess and who would defy me, the one who labored to bring you up and to teach you. Red spots start to appear on Valerie's cheeks. She catches her breath with some difficulty. I am not in the least bit surprised by your words, Fred Arrow. You have always been deaf to anything that goes against your beliefs. I'm not challenged chosen. I'm not a god's toy created to entertain the whimsical goddess. I'm not. Quiet, quiet before you bring her wrath upon you. How dare you, who is bestowed with the celestial beauty, so insolently reject such gifts that others can only dream about. Your fate is already decided and laid out as a fine carpet before you. Enough. I didn't come here to listen to a spoiled child speaking out of turn, but only to bring you home. That's the past sehr gut. Slice a steer with your hand. Stay out of it, Mufasa. Fred Arrow might be crossing the boundaries of politeness, but no more than that. Stay your hand and allow me to finish. What you call home, Fred Arrow, was my prison. Blah, 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 blah. Well, for the first time I can decide for myself where I belong and what I believe. I don't think that the reason can come with him. That's a fanatiker, fanatiker with whom you can't deal with them. Or who can't convince them. Take your people, Fred Arrow, and go back to the Eternal Rose Abbey. And if you've the nerve to claim I'm Shelly's chosen, well, know that your precious goddess should have chosen her trinkets more carefully. How dare you! If you insist on standing equal to Chalyn's Paladin, answer for your words now. If you have a drop of dignity left, you won't deny me satisfaction. Man kann das nicht umgehen, das ist fürchterlich. Ich meine, es ist, glaube ich, wurscht, ob wir den Kampf machen oder nicht. Und es ist auch egal, ob wir gewinnen oder nicht. Ich habe es das letzte Mal nicht geschafft, im Übrigen, weil sie einfach nicht trifft. Und weil er ein Paladin ist und sich heilen kann. Und viel höher levelig ist als sie. Oh, so now I'm suddenly an independent person in your eyes? Finally. Well, then I shall agree to this duel. With indescribable pleasure, Mufasa, you shall be my second. Let's just say, Valerie, what will you have me do? The second's responsibilities include observing the fight mediating in the duel and should the circumstances require declaring the final verdict. Valerie reaches for her weapon. I think here is good enough. Step away Mufasa, I don't want to hit you by accident. Let's see whether you learned anything more than insolence from your mercenary friends. My squires will be my second. Would everyone please clear the dueling grounds and do not interfere until the dinner has been determined? Yeah, 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 yeah. Können wir weitermachen? Können wir weitermachen? Ja? What are you doing here? Don't worry, good master. We'll settle our argument quickly and do no harm to your trading posts. Ah. Hallo? Ah. So Valerie, are you ready? Yeah. Wahrscheinlich. I'm for a day rule. Let your second start the countdown. Let's begin. Okay. Freedom of movement. Maintain armor. Maintain armor. Aber gut, dass wir uns das mal in Thankama gemacht haben da vorn. Ähm. Ach. Ich glaube, wir können den Kampf nicht gewinnen. Ich meine, wir könnten es trotzdem versuchen. Aber ich fürchte fast, der ist einfach zu stark. Der heilt sich dann auch noch die ganze Zeit, das nennt er mühsam. Oh, andererseits. Hm, wie oft können wir das leere Hand eigentlich machen, frage ich mich gerade. Oh, Critical Hit. Hm. Nein, wir lassen ihn einfach gewinnen. Das ist so ein Schnelles. Wieso sind wir da immer außerdem nicht wissen, wie wir die Wunschpunkte noch haben? Das ist auch viel länger. Ha! 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 Last thing comes. Ha! 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 Ach Gott, könnten wir es bitte fertig machen? Okay, verloren. Hätten wir das auch erledigt. Ah, Steps back and Shelter achieves his weapon. Looks like everything's in its place, doesn't it? You could be however inservent to whomever you wanted, as long as you were considered as a girl, Valerie. But now, you will have to answer for all the stupid things you said in Pride or heated moments. I'm satisfied with the outcome of this duo. I see no reasons to dinger here, upsetting the owners of this trading post and baroness. With great sadness, I will continue my way without Valerie, who from now on has no right to return to the Order of Eternal Rose due to her transgressions. And I put too much talk. Enough. Leave her. I will bother you no longer. My regards, your grace, Valerie. Farewell. Na, Ima hi. We sind in los. Oh, nur für kurz. Ich wünschte, wir werden ihn wiedersehen. Dear God, your face, Valerie. What? Is there something? Hey, show, sie ist hässlich. She touches the wound again, winces and finally waves it off. It is nothing. I do not even feel any pain, only fatigue. Save your pity for someone who is truly wounded. And I just need to rest and wash myself clean after all these conversations about shelling. Okay. Go, Martin. She doesn't think he's in the lab. Okay, so, okay. So, maybe you're not. So, meine Freunde, meine Herrschaften, das war jetzt eh viel zu lang. Ich sage Tschüss und gute Nacht. Bis dann.